hallo messer begeistert ich bin der serge von online shop www.jahr-messer.de heute zeige ich euch zwei neue ankömmlinge und zwar das sind zwei berserker die angekommen sind ich habe schon ein video von einem leichenmesser habe ich schon auf meinem youtube kanal drin der unterschied ist jetzt zu diesen zwei der erste berserker das war mit mikarta also diese zwei sind mit holz und zwar einmal mit karlische maser birke hier ja karlische maser birke weiß alleine hier noch zwischendrin verbaut also eine top top lage top top handlage muss man einfach in den händen halten wie gesagt auch für große hände geeignet hier ist noch platz wenn ich jetzt hier nach hinten gehe dann hat man hier auch platz meiner hand ist übrigens 95 etwa millimeter groß also hier in der breite und ja hand für also komplette handfertigung ein custom messer aus lotaust mit einem hier mit einem sehr feinen daumen jimping ja so eine geformte lederscheide ist hier auch dabei das ganze kann man hier abklipsen und schnell abnehmen alles ist natürlich sehr gut sehr gut drin so sieht das ding aus einmal das also die einzelnen daten die einzelne daten von von den messern ich werde unten ein link zu meinem shop einstellen dann können sie das auch noch mal nachsehen ich kann nur sagen dass die hier die die klinge hat etwa 140 mm etwa ich habe jetzt nicht noch nicht nachgemessen und ja griff hat auch so um die 130 mm genau wie gesagt die einzelnen daten mit der unter einem shop einsehen dann muss ich das nicht unbedingt noch mal erzählen hier noch mal ein berserker das ist jetzt hier mooreiche mit grünen leinern auch h12 mf stahl mit jimping genau schön flachschliff ausgeschliffen auf 0,3 mm und 17 grad winkel noch an der phase also ein reiner alle berserker sind bei mir reiner schnittteufel zum schneiden geeignet also leute also falls jemand interesse hat dann wie gesagt unten in der beschreibung ist ein link zu meinem shop ansonsten sage ich allen gesund bleiben frohe weihnachten dankeschön und bis zum nächsten mal tschüss